Hallo und herzlich willkommen zum heutigen Unboxing. Heute haben wir für euch die Hasselbach Box von Plusmacher. Alle weiteren Informationen zu diesem Album, der Tracklist und dem Boxinhalt sowie natürlich auch die Links zum Album und zur Box findet ihr wie immer unter diesem Video in der Videobeschreibung. Hasselbach von Plusmacher, so sieht das ganze aus. Wir werden mal die Folie abmachen und das ganze dann im Detail ansehen. Diese Box gab es in zwei Varianten und zwar einmal in der regulären, in der ich sie jetzt habe und nachdem diese dann Wochen, also mehrere Wochen vor Release ausverkauft war, hat man sich wie schon damals bei Rolex selbst dazu entschieden eine zweite Box aufzulegen, ist vom Inhalt bis auf ein Stück ident und zwar haben wir hier in meiner Box dann die Luftmatratze und in der zweiten Box, die danach produziert wurde, gibt es dann statt die Luftmatratze eine Bauchtasche. Gut, so viel dazu. Wir haben hier eine weiße Box, hier oben lesen wir Goldbroiler präsentiert, Hanfblatt Box Hasselbach Plusmacher produziert von The Breed. Wir haben hier ein Hanfblatt in einer 100-Euro-Schein-Optik und Goldbroiler, das Label über das ganze erschienen ist, also Goldbroiler Records, das neue Label von Plusmacher, sein eigenes Label. Hier an der Seite steht auch Hanfblatt Box Hasselbach Plusmacher, Unterseite Blankweiß, rechte Seite Blankweiß, Oberseite Blankweiß, auf der Rückseite haben wir Credits und Barcode und so viel kann man schon sagen, die Box ist verdammt schwer, was glaube ich vor allem der Luftmatratze geschuldet ist. So sieht das ganze dann aus, eine Klappbox, jawohl, also das mit Sicherheit der Hauptanteil des Gewichts. Wir haben hier einmal die Luftmatratze, ein Schlüsselwand, das Album an sich, die Instrumentals zum Album, eine Bonus-EP, ein Sticker, eine Autogrammkarte, eine Geldklammer, ein Tour-Flyer und dann haben wir noch ein Poster mit dabei, also prall gefüllte Box und innen ist das ganze weiß. So, nachdem hier diverse Sachen noch in Folie sind, nämlich einmal die Geldklammer, dann einmal das Album an sich und natürlich auch die Luftmatratze. So, wie immer starten wir mit dem Album an sich, Hasselbach Plus-Macher, auch hier wieder das Hanfblatt in der 100-Euro-Schein-Optik, Goldbroiler präsentiert und produziert von The Breed. Wir haben hier ein Standard-Jule-Case, hier an der Seite blank weiß, auf der Seite lesen wir Plus-Macher und Hasselbach und auf der Rückseite haben wir die Interpreten abgebildet und einen Barcode und hier die Credits und was relativ unüblich ist, die Tracklist ist dann, jetzt habe ich es falsch rum, so rum, also hier oben rechts bzw. oben links hier im Eck aufgedruckt und wir haben hier dann die einzelnen Tracks und zwar haben wir 14 Stück an der Zahl und wir haben Features von Morlock Dilemma, Botanica, STK, Karate-Andi, TZ, Frauenarzt, MC-Bomber und nochmals Botanica. Also jede Menge Feature-Gäste auf diesen 14 Tracks. Dann kommen wir mal zum Booklet, also wir haben hier einmal die Hände von Plus-Macher, wie man es kennt, also Rolex, Feuerzeug und natürlich auch ein Joint am Start. Dann haben wir die einzelnen Tracks inklusive der Informationen, wer daran beteiligt war bzw. wer das Ganze produziert hat, sehr schön. Dann haben wir hier Aufnahmen aus dem Block, dann hier über beide Seiten, Plus-Macher, reine Ware, weitere Tracks, weitere Tracks und dann hier nochmals Plus-Macher am Telefonieren. Dann zum Abschluss noch die Credits und hier ein Bündel 100€ Scheine in einer Rolex verpackt. Also das so die farblichen Elemente, die das Ganze hier so bestimmen, Grün und Weiß, vor allem den 100€ Scheinen geschuldet. Dann haben wir hier und das ist echt schön gemacht, einmal die CD auch hier wieder mit diesem Hanfblatt und das Ganze ist hier auf der Rückseite auch, also man kann das hier wirklich so die CD einpassen, dass das Ganze hier so sich ergänzt, sieht echt schön aus. Dann haben wir die Instrumentals, die kommen in einer goldenen Papphülle, Hasselbach Instrumentals und so haben wir hier die 14 Tracks allesamt in der Instrumentals Version. Die CD sieht dann so aus, ebenfalls in Gold und Weiß gehalten, wie gesagt in einer Papphülle und ebenfalls in einem Digi-Sleeve haben wir dann die Bonus-EP. Wir haben hier Plus-Macher auf einem Postkasten sitzend, also so sieht das aus und auch diese ist komplett produziert worden von The Breed. Okay, wir haben hier keine Tracklist, spannend. Ah ja, aber hier. Wir haben auf der CD die Tracklist, relativ ungewöhnlich und wir haben hier fünf Tracks an der Zahl und wir haben allerdings nur vier Instrumentals. Das liegt daran, dass der Track Nummer fünf, der ist eine Remix-Version. Bedeutet vier neue Tracks, vier Instrumentals und ein Track und zwar der Track Hotboxen in der Remix-Version. Da sind auch dann einige neue Feature-Gäste drauf und zwar haben wir hier noch auf der Bonus-EP Botanica und auf diesem Hotboxen-Remix haben wir dann SDK, Taimo, Himaede, Botanica, Haze, Lackmann und Al-Karim. Eine Autogrammkarte ist mit dabei, mit goldenem Stift unterschrieben. Hier wird Plus-Macher wohl gerade festgenommen. Auf der Rückseite Werbung für Profit, das ist das Label oder Merchandise von Plus-Macher. Dann haben wir dabei einen Sticker quadratisch, Plus-Macher Hasselbach. Eine Geldklammer in Gold-Optik und zwar haben wir auch wieder das Hanfblatt und Hasselbach Plus-Macher stehen. Rückseite blank. Sehr schön. Gab es ja auch schon diversen Boxen. Dann haben wir hier so einen Flyer in so einer Hochglanz-Optik, Eden Germany, edeneden.de. Und auf der Rückseite haben wir die Tour-Daten zur Hasselbach-Tour 2018. Also hier kann man Plus-Macher dann live besuchen. Dann haben wir ein Poster. So sieht das Ganze aus. Plus-Macher, da oben lesen wir noch Gold-Proiler Records. Das Ganze einseitig bedruckt im Hochformat. A3 dürfte das sein. Ein Schlüsselband ist mit dabei. Und zwar in weiß, schwarz und gold gehalten. Plus-Macher Hasselbach. Innenseite ist unbedruckt, also blank weiß. Und als letzten Boxinhalt haben wir dann noch dieses gute Stück hier. Und zwar die Luftmatratze. Ich werde das Ganze jetzt mal kurz an dieser Stelle unterbrechen. Die hier mal still und heimlich aufblasen. Und dann machen wir gleich weiter. Und so sieht das Ganze dann aufgeblasen aus. Also wir haben hier eine weiße Luftmatratze, die in diesem Muster gehalten ist, hier mit diesen Hanfblättern in dieser 100-Euro-Schein-Optik. Und in der Mitte lesen wir hier in goldener Schrift Plus-Macher über die gesamte Länge. Ich hoffe, man kann das halbwegs sehen. Und dann haben wir hier am Kopfstück auch nochmal groß ein Hanfblatt abgebildet. Die Rückseite der Luftmatratze ist blank weiß. Und von der Größe her ja. Also so eine Standard-Luftmatratze für eine erwachsene Person, würde ich mal sagen. Es ist echt nicht ohne die aufzublasen. Also ohne Luftpumpe oder so. Schwere Geburt, sage ich euch ganz ehrlich. Wir haben zwei separate Teile. Und zwar, wie man es von solchen Luftmatratzen kennt. Einmal hier dieses Polster, dieser Kopfpolster-Teil. Der ist extra. Bedeutet, den bläst man dann hier auf. Und die restliche Matratze dann hier unten. Ja, schönes Ding. Gerade jetzt für den Sommer optimal. Kann man auf jeden Fall gut verwenden. Und zusätzlich zu dieser Matratze, das habe ich dann erst später festgestellt, ist dann auch hier so ein kleines Röhrchen, das für so Aufblasen geeignet war. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich habe das nicht so verwendet, weil da geht nur relativ wenig Luft durch. Also ich habe das reguläre Mundstück da benutzt. Also ja, ist natürlich optional zu verwenden. Gut, wir fassen zum Abschluss noch einmal kurz zusammen, was sich alles in der Box befindet. Einmal die eben gezeigte Luftmatratze, dann haben wir das Schlüsselband, den Infoflyer mit den Tourdaten, das Poster einseitig bedruckt im Hochformat, den quadratischen Hasselbach-Sticker, die unterschriebene Autogrammkarte, die Bonus-EP im Digi-Sleeve, die Instrumentals zum Album ebenfalls im Digi-Sleeve, die Geldklammer und natürlich das Album an sich, Hasselbach im Standard-Chulcase. Das alles in dieser wunderbaren Box. Hasselbach von Plus-Macher. Mich würde natürlich interessieren, was haltet ihr von dem Album bzw. der Box? Schreibt es in die Kommentare und wenn ihr die Musik feiert, falls ihr Plus-Macher unterstützen möchtet, dann findet ihr die Links dazu unter diesem Video in der Videobeschreibung. Das war's für heute, bis zum nächsten Unboxing. Passt auf euch auf! Ciao! Ciao!